Ich habe ein bisschen vorbereitet für die nächste Dschungelprüfung hier, vielleicht kommt mehr dran und hier, damit ich die Fiecher ein bisschen abhalten kann, habe ich hier meine Söckchen genommen, die ich jetzt schon ein paar Tage habe hier und vielleicht wächst es ja ein bisschen, kann man ein paar Sterne holen bei der Dschungelprüfung, also hier, es ist schon nicht leicht, hier, also, irre hier. Also, was geht denn ab hier im Camp hier?